Paralympic Moments wird Ihnen präsentiert von Allianz. Dieses Gerät ist ein großer Bestandteil seines Lebens. Damit gehört er zur Weltspitze im Behindertensport. Seine Mobilität hat sich dadurch positiv verändert. Martin Braxenthaler und sein Ski. Genauer formuliert, sein Monoski. Mit einem Monoski auf dem Berg zu fahren, mit dem Lift, und dann die Pisten hinunterzufahren, ob jetzt im Training, im Rennen oder nur als normaler Skifahrer, als Breitensportler. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Das gibt mir vieles zurück, was ich erst mal gedacht habe, was mir genommen wurde, die Natur, die Bergwelt und den Wind auf eine positive Art und Weise zu erleben. Und dieses Erleben ist Teil des Deutschen seit nunmehr 14 Jahren nach einem Betriebsunfall und Wirbelbruch. Nur drei Jahre später fährt er bereits für die Nationalmannschaft. Die höchsten Ansprüche stellt er an sich selbst. Turin 2006. Nach verpatztem ersten Wettkampf behält der 37-Jährige die Nerven, spielt seine ganze Routine aus. Gold in den nachfolgenden Disziplinen, Super-Ski, Riesenslalom und Slalom machten ihn zum besten deutschen Paralympics-Teilnehmer bei diesen Winterspielen. Das Geheimnis seines Erfolges. Wenn es gerade im ersten Event auf einer Großveranstaltung nicht so läuft, sich das Positive rauszuziehen und dann trotzdem an den Start zu gehen und sich seiner Sache bewusst und sicher zu sein. Und vielleicht die besondere Gabe, dass man aus einer Niederlage oder aus einer vermeintlichen Niederlage das Positive rausziehen kann und gestärkt rausgehen kann. Es sind genau diese Situationen, diese Erfahrungen, kombiniert mit Disziplin und Talent, die einen Martin Braxenthaler so stark machen. In 2009 holt er sich beim Finale im kanadischen Whistler seinen achten Weltcup. Generalprobe für die anstehenden Paralympics somit gelungen. Mein Ziel ist nochmal Vancouver 2010 ein Medaillengewinn. Martin Braxenthaler. Sportlich hat er alles erreicht. Und bei den Paralympischen Spielen 2010 in Vancouver dreht sich bei ihm mal wieder alles um Gold. Paralympic Moments präsentiert von Allianz, Förderer des IPC und DBS. Untertitelung des ZDF für funk, 2017